Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von D.E.V.S. Heute sind wir mal nicht die Taucher, sondern gleich beim ersten Anlauf sind wir die Haie. Aber wie wir sehen haben wir den UN Hammerhai. So, ich muss gucken wie was ist. Das ist schneller schwimmen. So, wir sind der Haie, wir jagen die Taucher. Hammerhai gestuckt? Scheiße. Hier meine ich, ich bin ja der Bullenhai. Ich habe gerade gestuckt, das war nicht schön. So, wir haben 20 Evolutionspunkte. Aha. Scharfe Flossen. Hm, keine Ahnung was mir das E bringt. Wie ihr merkt, ich bin da ziemlich ruhig. Ah, verdammte Scheiße, man. Ist nicht wahr. Ab sei. Und wieder ein Stieg. Wir müssen uns beeilen. Ich bin ein schlechter Hai. How can he instant kill me? So, das weiß niemand. Oh, yeah. Oh, yeah. Verdammte Scheiße, da hat er mich schon wieder. Aber wir haben zwei von ihnen getötet. Ist schon mal was Gutes. Geht das eigentlich weg, wenn ich jetzt doppeltes Tempo nehme? Ah, komm, wir machen wir mal Stufe 20. Vielleicht ein bisschen besser. Verdammte Scheiße. Der hat ja, der hat ja schon eine, der hat ja schon eine, ein Sturmgewehr. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Wir machen jetzt 100 bis 70 Prozent mehr Schaden. So, hab ich das mal kurz auf die Schnelle gelesen habe. Und hoch. Ups. Wie machen wir das am besten? Hier machen die kein bisschen wahnsinnig. Ach ja. Haben wir die Mesen so bekommen? Ne. Nur 10 haben wir. Ah. Die können wir dazu kaufen, die gut. Meine Güte. Wieso haben sie das so krass auf mich abgesehen? Ich wollte doch mal meine Beute verputzen. Ach mani. Das gibt's doch nicht. Boah. Gut. Können Roboter weinen? Nein, können sie nicht. Oh Mann ey. Tut mir leid, dass ich hier zu ruhig bin. Aber. Ich bin mega angespannt. Wegen High sein. Ach mani. Was sind das so für Waffen, Alter? Ich krieg keine Evolutionspunkte mehr. Können wir verkaufen. Mein Gott, die sind schon bei der letzten Kiste. Hm. Ich blute. Ich werde verbluten. Oh Gott. Oh je. Hat der einen Glück, Alter. Die Bombe hat mich zerfetzt. Also pro Kill. Oha. Wir machen die Warp nicht wahnsinnig. Gott, Alter. Wird mal gleich meine DPU hochschrauben, wenn das hier so weitergeht. Oha. Oha. Gottwesen, ich bin auf dem offenen Meer. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich sehe nur meinen Kumpel. Ich sehe da nur irgendwas Rotes. Was ist denn das? Okay. Hat beim Kill geholfen. Verdammte Scheiße. Ich hätte nie... Okay. Besser so. Verdammte Scheiße. Das kriegen wir nicht mehr hin. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Oh Mann, ey. Ist klar. Und für Ihre Giezer gekommen noch. So. Ja, klar. Alter. Tschüss. Ich will nicht sagen, aber... Das wird nichts mehr. Ja. Alter. Tut mir leid, aber ich wusste... Ich wusste... Ich wusste echt nicht, wie ich das jetzt so machen soll. Das ist für mich ein Ding, eine Unmöglichkeit. Alter. Schön, 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 Alter, aber... Ich habe nichts auf die Reihe bekommen mit einem Hai. Alter. Meine Güte. Hallo, ich habe Spielen gedrückt. Alles. So. Das ist einfach... Nein. Mann. Nee. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das will in meinen Kopf nicht reingehen. Gott. Oh, gut. Wir haben was gefunden. Ich will kein Hai diesmal sein. Ich will von mir aus Taucher wieder sein. Alter. Mit Hai hast du es etwas ruhiger und angenehmer. Aber... Als Taucher hast du die ganzen Hetzteile, Alter. Ah. Mag ich nicht. Mal sehen, wie die hier sind. ZM1, ZM3. Die kennen sich wahrscheinlich... Oh, wir sind Taucher. Wortfahren. Wir nehmen wieder unsere Lieblings-Harpune hier. Und die Sojabohne hier. Wir nehmen die Sojabohne und unsere Harpune. Und jetzt müssen wir 40 Sekunden warten. Oha. Macht einfach hinne. Ich will nicht so lange warten. Das ist einfach... Für mich inakzeptabel. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich ein Hai bin. Ich kriege kaum einen Tod. Die trennen sich nie. Und wenn ich in so einem Teil bin, Alter, die trennen sich nur noch. Das ist gemein. Komm, Alter. Fünf. Vier. Drei. Ja, geil. Jetzt erst so kurz vorm Ende, oder was? Gott. Gott. Ach ja, das zählt schon wieder. Ne? Wer kennt's? Wer kennt es aus der allerersten Folge? Ah. Oft. Oh ja. Oh Mann, ey. Und hilf. Bitte. Ich liebe es. Ich liebe es. Schreib mir bloß vorm Leib. Okay. Okay. Oh ja. Komm, hittet. Hitten wir ihn. Los hierhin. Siehst du? Die Gegner haben jetzt total einfach. Oh Mann, ey. Oh, nur Witz. Das macht einen doch schon so ein bisschen wahnsinnig. Letzter Hai. Schau mal für den Käpt'n. Oh Mann, ey. Level 2. Und verkauft. Ja, ey. Das snackt mir doch alles gleich weg. Oh, ich glaub's ja nicht. Aber Munition. Und zum Team. Oh Mann. Wer spürt nicht diese Anspannung? Hai kommt von hier. Scheiße, Mann. Boah. Reflexschuss, Mann. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Nein. Oh Jesus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, meine. Oha. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei meinem Team. Genial. Ich bin tot. Alter, das erste Mal gestorben und immer so kurz vorm Tod. Ja, ja, das hätte man sich schon denken können. Aber wir können uns jetzt eine schöne Waffe kaufen. Wir kaufen uns die Harpune wahrscheinlich. Okay, wir sparen auf 4.500, habe ich gerade entschieden. Gut, so haben wir die. Gott, ich höre ein PAE. Gott. Jim, sie schlachten uns ab. Oh ja. Genial. Ich liebe Harpune. Oh man ey. Wo Steve. Auf zu Steve. Rache ist süß. Ich finde es auch. Ah, gut. Aber wir können uns jetzt die große Harpune leisten. Es hat einen Vorteil. Verdammt der Scheiße. Hier mit der großen Harpune. Oh, wir nehmen Gift zur Zeit erst mal. Mit mir ist nichts zu spaßen. Nicht mehr. Nicht mehr. Aber ich habe nicht gesehen. Aber ich habe nicht gesehen, von wo der kam. Scheiß drauf. Ich hatte nur 1,4. Ein hoch auf S-Klasse in die Munition. Geil. Geil. Snacken wir bitte alle sein. Ich habe den auf jeden Fall von da kommen sehen. Aber hier sitzt du richtig auf dem Präsentier-Teller. Brauchst du Steve. Ah, verfickter Scheiße. Ich habe Blutungen. Geil. Ach man. Alter. Das ist so knapp. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Zum Glück habe ich hier unsere Sonderlinge hingepackt. Die schlachten uns gerade ab, Alter. Was ist mit denen los? Diese kranken Schweine. Haben die gar kein Mitgefühl. Oh man ey. Und wo? Und wo? Was war das? Verdammte Scheiße, Mann. Haben wir. Wer hat gewonnen? Sieger. Oh geil. Leicht Glück, Alter. So. Aber wie kann ich die Drops öffnen? So. Alter. Herzinfarkt pur. Oh, nie wieder. Sprenggeschoss. Die Waffe mit Scheiße. Oh genial. Okay. Wie schön. Profil. Hm. Okay. Taucher 36. Taucher 36. Zwo. Da seht ihr mal. Haie habe ich richtig wenig gespielt. Kills habe ich eine Menge mit Taucher anstatt hier mit den Haien. Rettungen habe ich nur. Ursache der Schaden, wie gesagt. Na ja. Sieht ihr. Ich habe fast nur mit den Tauchern gespielt. Schätze anzeigen. Oh. Die kannst du so öffnen. Genial. Komm. Nein. Nein. Nicht Vitamin. Okay. Obwohl. Weiter im C. Ausrüsten. Bestätigen. Und wir öffnen unsere nächste Kiste. Mal sehen was drinne sein wird. Bitte irgendwas geiles. Irgendwas für eine große Wache. Aber mit Team Weißfrost komme ich auch klar. Meine Güte. Besser als gar nichts. Aber. Nur denn. Das war es von uns als Taucher. Ich hoffe es hat euch gefallen diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.